Hallo Leute, ja wir sind hier in Dwarf Fortress und das sieht gar nicht gut aus, was wir letzte Runde da hatten, das war ja wohl das Schlimmste, was passieren konnte, fast alle sind gestorben, wir haben glaube nur 5 arbeitskräftige Personen und die anderen sind Kinder bzw. sogar ein Baby dabei, hier liegen ganz viele Leute, die noch beerdigt werden müssen, das klappt auch noch nicht, wir müssen schauen, dass wir da weiterkommen, hier schauts Logo und dann gucken wir mal, wie wir da auf dem Großbildschirm vorankommen. So, ich hatte letztes Mal noch einen Miner gemacht, aber meines Erachtens, warte, das war in falsche Richtung, ist hier noch nichts passiert, genau so ist es, wir haben hier unten sogar tatsächlich noch, waiting for construction, construction suspended, ich glaube wir haben keine Coffins, kann da sein. Oh Gott, ich höre schon wieder eine Schlacht. Warte mal, das kann doch jetzt nicht wahr sein, oder? Alert. Da unten war, da ist schon wieder einer. Wir sind nur noch 5, wir haben keine Squad, glaube ich, gemacht. Also die war schon hier, die Squad, ne, warte mal, dann können wir die Squad auch deleten wieder. Ah, und da sind die einzigen zwei, die wir sowieso noch haben, also spielt es eigentlich auch gar keine Rolle groß. Back to Squad. Ne, da wollten wir nicht hin, die auswählen wollten wir. Da, und dann, ne, warte mal, da sind wir auch wieder nicht richtig gewesen. Doch, no target. Wo ist dieses komische Vieh jetzt? Finde ich den jetzt hier noch? Da. Confirm. Und auf geht's. Ich weiß nicht, ob wir da noch was hinkriegen. Saving Game. Ich weiß auch nicht, wo diese Viecher alle herkommen, ja immer. Diese Bestien. Das ist ja so ein richtiges Nest. Jetzt sind es immer noch 5 Leute. Wo ist das Vieh? Wo ist er? Machen wir mal Pause. Haben wir den jetzt schon geschlagen? Ich sehe ihn aber nicht. So, has been found that. Ist klar. Das war da. Das war da. Das war da. So ist der Schaltesfighting. Das ist schon schlecht. Okay, der ist noch Rekrut geworden. Das war da. Ist aber jetzt auch nicht mehr zu sehen. Der Frühling ist gekommen. Die sind alle tot. Das sind hoffentlich unsere 2 Leute, die den dann besiegt haben. Weil ich wüsste jetzt auch nicht, wo der ist. Das war da. Okay, warte mal. Das können wir weg machen. Das können wir auch weg. Das können wir auch weg machen. Wir können gerade hier gucken. Other oder oder. Ja, Other. Kangaroo Bug. Dead und Missing. Woher Relahama? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, es ist aber niemand mehr da. Und unsere Hunde sind hier eingeleitet. Aber da kommt das Vieh irgendwie dran vorbei. Irgendwie weiß ich auch nicht. Stopp, wir haben schon wieder einen Alert. Okay, da ist auch noch jemand gestorben. Ist klar. Was sind denn unsere 5 Leute noch? Wir haben noch einen Trapper. Warte, die Squad. Hat wohl kein Ziel mehr, denke ich mal. Oder, da steht hier noch. Kill, Tico, Kuletko. Den finde ich jetzt hier nicht. Eigentlich müsste er hier mit, glaube ich, drunter sein, oder? Mach den zum Miner, der kann auch gleichzeitig ein Woodcutter sein, bringt ja sowieso nichts mehr. Aber ich glaube, ich glaube, wir sind damit so gut wie durch, ne? Wer war der zweite, den wir noch haben? Obwohl, das sind ja drei. Kannst du auch noch dazu machen. Ich glaube, da brauchen wir nicht. Den Stonecutter brauchen wir jetzt auch gerade nicht, ne? Das ist erstmal soweit so gut. Wen hatten wir noch? Der Rekrut. Kann man auch dazu machen. Wir müssen erstmal die Leute beerdigen. Dafür müssen wir unten aushöhlen und es muss schneller gehen jetzt. Found that. Kannst du wegmachen. Kannst du wegmachen. Also, einen hatten wir glaube ich noch, ne? Ne, den Rekrut hatten wir. Und dann sind zwei Kinder. Dann hat sich das erledigt. Das kann auch weg. Jetzt zu gucken, ob hier einer was macht. Was ist das? Ein Korps? Okay. Annemt Tomp. Da könnte einer beerdigt werden. Hier ist glaube ich alles voll. Jetzt müssten wir noch Zonen machen. So. Kannst du noch mal Tomp. Das geht wahrscheinlich gerade nicht, weil, ne? Noch nicht ausgehöhlt. Da sind schon welche, ja. Da müssen wir wohl warten. Ne, das Spiel muss laufen. Tut's aber. Aber hier kommt keiner. Was machen die denn jetzt gerade alle? Ah, er ist verletzt. Da werden wir auch nichts mehr machen können wahrscheinlich. gar nicht. Ich weiß nicht, ob der geheilt wird oder nicht. Hier sind auf jeden Fall überall. Kann der denn auch noch was anderes machen? Kann der denn auch noch was anderes machen? ganz gesundheitlichen Probleme. Ich weiß nicht, ob wir den hier wieder gesund kriegen. Attent Meeting. Okay. Du solltest vielleicht gerade nicht ein Meeting attenden. Tja. Tja. Koffeln. Ok, da wird was gemacht. Micro-Koffeln. Das ist alles auf dem Aufgaben noch da. Aber ich glaube, das wird alles irgendwie nichts mehr. Hat denn da einer unten noch was gemacht? Ich glaube nicht, oder? Nein. Da hört keiner was aus. Ein Himmel ist geboren. Also warum da jetzt auch keiner das macht, das weiß ich auch noch nicht. Was hat er jetzt gemacht? Warte, er läuft jetzt. So, vielleicht sollten wir hier mal das abbrechen. Getränke haben wir tatsächlich auch gerade genug. Was haben wir hier? Nichts drin. Keine Tasks drin. Jetzt braucht keiner gerade geschlachtet werden. Das macht nämlich gerade keinen Sinn. Ich glaube, Essen und Trinken haben wir hier oben genug erstmal für die drei Männeken, die wir noch haben. Oder wie viele es auch immer sind. Macrob Coffins. Sind denn schon welche dran? Sieht nicht so aus, ne? Ah, da sind auch noch einige da schon. Zwar nicht genug, aber das lass erstmal gut sein. Buckets brauchen wir gerade auch nicht. Da wird nichts gemacht. Da wird nichts gemacht. So, das heißt, wir haben jetzt diese Aufgaben schon mal nicht mehr zu tun. Hier ist auch nichts drin. Haben wir sonst noch was? Ich glaube nicht. Found that. Wo geht es jetzt schon wieder rund? Oh, da ist der Nächste. Aber den... Ne, da war er noch. Da ist er noch. Na, der lebt noch. Wir haben noch Dreier. Der verzieht sich gerade nach hier unten. Jetzt ist die Frage, wo der noch ist. Die beiden sind hier. Achso, da unten kann man auch lang. Ja, die sind found dead, ist klar. Er farmt hier irgendwas oder so. Das ist die Frage, wo der überhaupt ist. Er kann hier noch lang laufen. Die drei sind ja noch da. Das Baby und zwei. Wo ist der jetzt? Ich weiß nicht, ob das Vieh noch da ist oder nicht. Fast die Vermutung ja. Der ist wohl schon wahnsinnig, oder? Müde. Gesund. Was waren das Grüne, was hier gerade durchgeflogen ist? Habt ihr das gesehen? Der da. Ghostly. Okay. Gut. Haben wir auch noch Geister hier rumfliegen. Die werden wir auch nicht mehr kriegen. Beziehungsweise werden wir schon kriegen, wenn die sich beerdigen lassen würden. Da passiert aber nichts. Die sind alle tot, das ist klar. Ja. Some immigrants have arrived, aber wir haben nur drei. Die Wacht, warte mal. Ist das einer von uns, der dazu. Aha, unser Trepper ist das. Der wird böse dann. Okay, jetzt verstehe ich alles. Der verwandelt sich dann. So sieht's aus, okay. Ne, das müssen wir nicht machen. Okay, aber das bringt mir ja alles nichts. Das heißt, der wird auch noch die... Letzten zwei dann schlagen, oder? Stopp. Wo ist er jetzt? Das ist er doch, oder? Jetzt sind es nur noch zwei. Wen hat er denn jetzt noch umgebracht? Ah, den zweiten gerade. Jetzt steht nur noch das Baby da. Wo ist das Baby? Das ist hier. Und sobald er das Baby sehen wird, wird er das auch noch umbringen. Ja. Ja. Ja, ich glaube, wir können da nichts mehr tun, ne? Würde ich jetzt mal so sehen. Wo ist denn jetzt das Baby? Da. Das ist ein Jahr alt. Ja, der wird wahrscheinlich verhungern und verdursten sogar vielleicht. Das Baby. Der nächste Punkt ist, sobald der Typ dann das Baby sieht, wird er es auch töten. Schätze ich mal, oder? Jetzt habe ich das Baby wieder aus den Augen verloren. Da oben ist es. Warte mal, da kann er ja auch Follower machen, oder? Was ist das Baby jetzt? Eigentlich müsste es ja hier in der Mitte sein, aber da ist es nicht. Ah, da ist es. Jetzt stellt sich die Frage, wo das andere Vieh ist, ne? Mit dem Baby können wir halt nichts anfangen. Das ist dann noch die Frage, wo der Werwolf ist. Und das wäre Lama. Ich glaube, der Vieh ist da unten, ne? Tja. Lass uns den mal gerade aufsuchen. Ah, der befindet sich hier unten. Wie ist das? Ich schaffe da unten. Und das ist die Frage. Ich mache das. Jetzt mache ich das. Ich mache das. Jetzt mache ich das. Ist da und macht jetzt aber nix mehr, ne? Bewegt sich kaum noch. Ja, also wenn jetzt nicht ein paar Migranten kommen, können wir hier sowieso nix tun. Die Migranten müssten wir sofort in Empfang nehmen. Um dann zu schauen, dass wir die Sache schon gegen den da angehen können. Aber fühlt sich so schwierig an, dass das funktionieren könnte. Ich glaube das Ding ist durch. Wenn du so eine in deinen eigenen reinlässt, dann hast du verloren, ne? Das Baby wird jetzt auch nicht noch da unten hingehen, oder? Das ist hier und verdurstet gleich irgendwann. Irgendwann ist es hydrated. Thirsty steht da ja. Hungry and thirsty. Kümmert sich auch keiner drum. Ah, jetzt geht es hier unten lang. Ist dann die Frage, wenn er hier in der Nähe ist, ob es dann was gibt oder nichts gibt. Ob er sich dann hier wieder verwandelt. Ich tippe mal drauf, oder? Wo ist er denn jetzt als Baby? Ah, da geht wieder zurück. Aber er hat nichts gelob gemacht, oder? Aber der ist nicht mehr steuerbar, glaube ich. Tja, Mother, okay. Du kannst jetzt höchstens das, was wir jetzt hier machen können. Delete die Squad und hoffen, dass er dann irgendwas macht noch. Die läuft auf jeden Fall schon mal irgendwo hin. Geht jetzt nach draußen. Wo ist er jetzt? Verpasst, oder? Verlässt er jetzt die Karte, oder was? Ne. Hier ist er. Ist irgendwo hingelaufen. Was macht er aber jetzt? Das ist die Frage, ne? Durst hat er da. Okay, er trinkt was, er macht. Jetzt sind wir in der Distille. Okay. Natürlich richtig mies drauf, ist auch klar. Tatsächlich da irgendwelche Plump Helmets oder was auch immer wahrgenommen. Er arbeitet auf jeden Fall. Ah, da ist er. Und das war das Baby. Oder? Ne, das Baby ist noch da, aber... Ne, das Baby ist ja nur einer. Ja, das heißt... Das war's. Wahrscheinlich greift er jetzt auch noch irgendwelche Tiere ran. Jetzt ist er wieder zurückverwandelt. Tja, wenn du sowas hast, dann brauchst du auch deine Burgfestung gar nicht da aufbauen, weil das kannst du ja auch gar nicht aufbauen mit so einem. Oh, warte mal. Da ist ein zweiter. Some migrants have arrived, oder was? Das bedeutet... Ne, das Baby lebt noch. Das wurde eben noch nicht angezeigt, oder was? Weil da stand da nur noch einer. Ach so, während er... Wenn er... Der Werf... Wer Lama ist, dann wird er nicht da unter uns eingetippt, glaube ich. So wird's wahrscheinlich sein. Okay. Ja, dann... Das ist schlecht. Wo geht er jetzt wieder hin? Was macht der da unten? Da ist er gewesen und läuft wieder zurück. Keine Ahnung, was er dann macht. Die Tiere interessieren ihn eigentlich wohl nicht. Wo geht er jetzt hin? Ist er da im Raum gewesen, aber ich weiß nicht, was er da gemacht hat. Keine Ahnung. Geht immer ungefähr die gleichen Wege irgendwie, oder? Suite pro Suite wird er jetzt erstmal holen. Ernten, oder was? Steht er da rum. Macht nichts. Das Baby ist gerade hier, glaube ich. Ja, gut. Ich habe fast die Vermutung, wir können dieses Projekt hier als gescheitert ansehen, weil es macht keinen Sinn. Der läuft ja sowieso hier während rum. Der macht ja nichts mehr. Wir müssten warten, bis Migranten kommen. Ob Migranten kommen, ist dann die nächste Frage. Und ja, schwierig, ne? Ich denke mal, das macht keinen Sinn mehr. Ja, beenden wir das hier mit dieser Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keiner überhaupt macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wie ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben. Gerne auch das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge vielleicht. Ich werde das mal beobachten, ob da irgendwas noch zu retten ist. Aber ich glaube nicht, eine nächste Folge wird schwierig. Ich sage mal, bis dann. Ciao. Ciao.